Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nightmare House 2, Freunde. Wir sind im letzten Kapitel, haben wieder das SWAT-Team an unserer Seite. Diesmal drei Leute. Und ja... Ähm, ich hab mal sowas wie Johnson gesehen, aber ich glaub, er war's nicht. Er war nur ne Puppe. So, mal gucken, ob wir vielleicht noch Johnson finden, aber unsere Hauptmission ist es endgültig... ...von hier wegzukommen. Die Frage ist nur, wie... Boah! Okay. Ja, deswegen sollten die Gabelzinken immer unten sein, wenn man seinen Gabelstapler verlässt. Pff, Mücke! Geh weg! Böse Mücke! Aus! Entschuldigung. Ähm, so, weiter. Nein, ich war das nicht. Oh. Geteilter Freund. Hm. Wollen wir es mit dem Ding hoch... Nein, geht nicht. Okay, äh... Schalter? Schalter. Schalter? Äh... Oh ja, Auto und weg hier, komm. So. Komm, ich hier drauf und ihr... Einer von euch fährt jetzt. Na los! Oh Gott, ey. Wäre doch viel einfacher, wenn wir einfach wegfahren würden. Okay, wahrscheinlich ist es kein Platz. Wo sollen wir denn hin? Mal schauen. Ja, und das hier sieht nach Sackgasse aus. Hier ist noch eine Tür. Ja, ich kann mir vorstellen, wie das hier riecht. Ich meine, schaut euch um. Mein Wunder, dass der noch nicht aufgestanden ist. Sieht nämlich sehr zombiehaft aus. Hier geht aber nichts. Mensch, fahr doch mit dem Ding einfach weg hier. Neee. Na gut, dann halt zu Fuß. Ja, die Kisten lasse ich jetzt in Ruhe. Ich hab's endgültig kapiert, dass hier eigentlich ja nie was drin ist in diesem Spiel. Wird jetzt sich im letzten Kapitel auch nicht ändern. Ja, deswegen haben wir auch unsere Lämpchen an, ne? Oh Mann, ich kann mir vorstellen, dass da jetzt gleich so eine Horte kommt. Weil das SWAT-Team haben wir jetzt nicht umsonst bekommen. Das wird jetzt nochmal ein richtig epischer Action-Kampf hier. Nur von wo werden sie kommen? Aus welchem Auto werden sie auf einmal ausbrechen? Ich trau denen alles zu den Entwicklern. Das klingt alles schon sehr beunruhigend. Ihr mich fragt... Oh! Ja. Ja, willkommen im Club, sage ich da nur. Es ist echt bis zum Ende durchweg unheimlich und geil gemacht. Und da kommen sie. Ich hab's doch gewusst, dass da eine Horte kommt. Leute! Tschüss! Gebt alles! Macht! Ich muss Muni sparen! Gut! Sehr gut! Naja, gut. So gut sind sie auch wie nicht. Ich muss helfen. Oh, schön. Oh, jetzt sind das viele! Oh, ausgerechnet jetzt geht mein Licht zum Neige. Der will zu mir, ne? Der Babsack will zu mir! So, wir haben sie. Gut. Dann nix wie weiter hier. Bevor noch mehr kommen. Ach, herje. Was schönes, ähm... Endzeitgefühl, was hier jetzt gerade aufkommt. Es ist nicht nur innerhalb der... Des Krankenhauses so. Es hat sich anscheinend... Ausgebreitet! Genauso wie die Mistinger. Ah, die hasse ich wie die Pest. Hoffentlich gibt's kein Friendly Fire. Anscheinlich. Gott! Leute! Schöne Munition! Ich hab nix mehr. Okay. Ja, Area is clear. Mit was für einem Munitionsverlust. Na gut. Ja, ich denke mal, dass jetzt wirklich alle Gegnertypen nochmal aufkommt. Aufgefahren werden. Also jetzt kommen auch gleich wahrscheinlich die Superstarken. Und eventuell müssen wir durch die Tür, ne? Jo, da geht nix mehr weiter. Alles klar. Ja gut, das lief ja nochmal einigermaßen harmlos. Dann nach oben. Okay. Jo, das war ja klar. Wo soll ich hin? Sind wir von da nicht gekommen? Ne, kann nicht sein, weil da ist... Das sieht anders aus. Gut, ich werd mal versuchen, da hochzukommen. Geht aber nicht. Dann eben den Weg. Ich hoffe, das ist richtig. So, haben wir hier wieder was zum Öffnen? Ne, geht anscheinend nicht. Das ist jetzt aber doof. Haben wir hier was? Ein bisschen fahren. Nein. Ähm... Ja, jetzt bin ich mir gerade unsicher. Nein, hier geht auch nix. Da oben sind... Ja, wie soll ich das jetzt anstellen, du Honk? Das ist ein Witzbold, ey. Da. Räum auf. Äh, ja gut. Ich muss einen anderen Weg finden. Da irgendwie da oben hinkommen, aber... Ah, da. Ja, wie? Treppchen bauen oder so? Was ist denn das hier? Farbe. Hm. Hätte ich nicht gebrauchen können. Kann mich jemand mal hochfahren, bitte? Wäre ja zu einfach, ne? Wenn wir aber jetzt ernsthaft mal das Ding drauflegen... Wir könnten ja echt Treppchen bauen, oder? Ah, das geht ja wirklich. Ja. Ich würde nur gern dabei sein. Ich weiß nicht, ob das geht. Warte mal, wir holen uns noch so ein Teil. Ja, leg es hin. So, mal gucken. Kann ich es von hier aus steuern? Ne, geht nicht, oder? Doch. Hahaha. Hui. Oh, ich glaube aber, ich komme nicht hoch. Ich brauche noch eine Kiste, alles klar. Kein Problem. Dann kriegst du noch eine Kiste. So, und jetzt brauche ich noch eine Kiste, um ein Treppchen zu bauen. Wenn mein Lämpchen spinnt. Was hast du für eine komische Stimme? So, mal gucken, ob ich jetzt hochkomme. Nee. Ah, ah, komm schon, Baby. Oh, ja. Sehr gut. Sehr gut. Das werde ich jetzt mal safen. Und jetzt nochmal... Na? Hey, komm. Na, komm. Hey, das ging vorhin. Danke. Jetzt muss es reichen. Nein! Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt passiert? Äh. Hä? Da haben irgendwie mein... mein Zeug kaputt gemacht. Warum? Männer. Trink mir das was, wenn ich hier oben rumfusche? Oh Mann, ich mach lieber mal ein Save. Vielleicht ist das meine letzte Chance hier. Au. Ja, genau. Das wollte ich nicht. In so einem Fall mach ich jetzt ein Quick-Lad. Ansonsten ist mir das ein bisschen zu doof. Ich denke, ich kann hier mit einem Gewag... Höh, ich bin ja schon drüben. Hä? Äh, egal. Wir sind da, wo wir sein wollten. Hoffe ich zumindest. Alles klar. Dann gibt's jetzt wieder eine Runde Schacht-Grusel-Stimmung. Na? Ich zähle bis fünf, sag ich mal. Dann fall ich runter. Eins. Moment. Geht nicht. Okay. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ja gut, so einen Runderfallen hab ich jetzt natürlich nicht gemeint, sondern so einen Erschrecker-Runderfaller. Aber was soll's? Ich hatte recht. Yay. Okay. Viele Kisten, sonst nix. Und weiter. Ach, blödes Gerümpel hier. Ist so schlimm. Ja, und schon sind wir wieder alleine. So schnell kann's gehen. Oh, Mann. Ja, ähm, das letzte Mal, wie das Kapitel geendet hat, das war schon interessant. Also, man... Irgendwie wurde... ...an dieser rumgedoktert, denke ich mal. So, jetzt seid ihr dran. Macht das Ding auf da, aber zackig. Macht das Ding auf, Mensch, hopp. Geh da hin. Stellt euch nicht an. Ja, danke. Das hättest du mit der anderen Tür eigentlich auch machen können. Ich wollte das immer wieder machen. Geht doch. Yo, aber gerne doch. Warum muss der Zivilist eigentlich nach vorne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Was ist denn das für eine SWAT-Einheit? So, ich hab die Leuchtfackel absichtlich liegen lassen. Lebst du noch? Was? Ah! Okay. Nein, 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 nein. Ja, aua! Warte. Ist ja gut. Okay, Action ist angesagt. Nichts wie raus hier. Viel zu eng zu kämpfen. Geht's noch? Oh! Oh! Okay, okay, alles gut, alles gut. Geht doch! Oh, Mann, halten die viel aus. Ich hab so gut... Ah! So wieder so ein Misty. Okay, warte mal. Hab ich jetzt noch? Ach, egal. Jetzt ein bisschen mit der Axt rumkämpchen hier. Komm, mach dich fertig. Ha! So. Okay. Einfach weiter, komm. Okay, das ist ja voll das Labyrinth hier, ey. Hey, die Axt ist gut. Also, entweder mache ich hier immer den Last Hit oder die Axt zieht gut rein. Oh Gott, wie viel sind das? So, komm, lass mich mal da durch. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ich bin jetzt auch nicht viel glatt zurück. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es gleich wissen. Nein, das ist neu. Hier ist nämlich Munition. Yay. Oh, meine Lampe ist aus. Ich sehe nichts. Hilfe! Okay. Ah, da ist noch mehr. Mach alles kaputt. Gott, ey. Hilfe! Verliert die Übersicht. Okay. Hier haben wir wieder Munition. Das Vieh lebt noch. Ja, ist ja gut. So, haben wir es jetzt endlich? Nein. Okay. Kein Problem. Wo geht es weiter? Hier. Ja, ja. Mach dir mal. Ich schau mal, wo es weitergeht. Aha. Perfekt. Was sind wir? Okay. Mistvieh. Okay. Kein Problem. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Hallo. So. Ja, super. Noch näher. Okay. Ja, es war ja klar, dass er am Schluss nochmal richtig die Post abgehen muss. Aber im Dunkeln, das ist echt mies. So, hier haben wir Zeug. Echt, kann ich gut gebrauchen. Yo, wir gehen ja schon. Hier ist die rettende Tür. Kommt, Leute. Hey. Mann, oh Mann, oh Mann. Was für eine Action hier. Aber auch mal cool, oder? Die haben es gut gemacht, echt. Es ist wirklich eine Modification, die man nur weiterempfehlen kann. Was ist los? Was denn? Okay. Ey, Leute. Weh, ihr dreht mir noch durch, ja? Ich hab keinen Bock, euch abknallen zu müssen. Aber ich tue es, wenn ihr mich dazu zwingt. Yo, mach. Mh-mh. Coole Sache. Immer noch nicht der Ausgang. Exit! Exit! Ah. Ne, da geht nix. Swat. Hier, Tür. Swat. Hallo. Dummköpfe, kommt mit. Die kommen nicht. Die wollen mich dissen. Egal. Dann disst mich halt. Dann guck ich mal, ob... Ne, da geht nix. Aber... Da kann ich ja auch nix machen. Hast du wieder so einen komischen Drücker? Ne. Ah, da seid ihr ja. Hopp, jetzt mach mal. Ich trau dir mir irgendwie nicht. Der tritt gleich durch, wetten. So, wie wär's? Äh, Tür öffnen jetzt langsam? Und du kannst es nur öffnen. Du musst es mit etwas Liebe behandeln. Lass mich versuchen. Danke. Du hast eine komische Stimme übrigens. Äh, was hast du grad mit der Tür gemacht? Okay, jetzt hätte ich eigentlich auch... ...können sollen. Okay. Okay. Okay, er redet mir ein bisschen zu viel langsam. Okay, Munition. Sehr gut. Ein Switch, ein Switch. Welcher Switch? Hier, willst du ein Monitor? Bitte schön. Ähm, welcher Switch? 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 Hey, geh weg! Hey, danke, nice lady! Okay, das soll es tun. Jetzt gehen wir zurück zu den anderen. Die letzte Zeit, die ich alleine mit dir war, desto besser. Er mag mich nicht, oder? Aber ich mag ihn auch nicht. Hi! Was ist los? Was ist los? Was ist das? 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 Was in the world is he talking about? Calm down. There is nothing here. Wir müssen etwas machen. Monster, du hast mich gemacht, aber du bist nicht mit mir mit dir. Nichts, dass jemand anderes macht dich das? Get ready. Wir müssen reagieren, wenn es das wird violent. Es ist all deine Schuld. Es ist all deine Schuld, du sonn. Ich werde dich nicht machen. schau dir die Schnau. Das sieht nicht gut aus. Get ready, schau dir. Meine Augen sind örtlich. Ich kann sehen, wie du wirklich bist. Ich werde dich zurück zu hell, wo du gehst, du sonnige B***er. Hilfe! Oh, schau dir! Schau dir! Jetzt! Yo, schon passiert. Aber war das wirklich die richtige Entscheidung? Ich weiß ja nicht. Okay. Ja, wer hätte das gedacht, hier gibt es noch ein bisschen was Zwischenmenschliches zwischen diesem SWAT-Team. Ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das sich noch ein bisschen hier aufbaut, dass da einer so ein bisschen durchknallt und so. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ah, naja, letztendlich die Inszenierung, also die Inszenierung an sich war gut, aber, ähm, ja, tschüss und die Sache ist vergessen. Ja, gut. Was hätten sie groß machen sollen? Ich wollte jetzt keine Pro-Mans haben. Hey, Zombies. Das ist doch das, was man haben will, oder? Zupide. Hässliche. Verblutete. Viel zu viel aushaltende Zombies. Hallo. Danke. So, erstmal wieder auf die normale Waffe umschmünzen. Und los geht's. Ja, die Zeiten sind vorbei, dass ich das SWAT-Team machen lasse. Das dauert mir viel zu lange. Weil, ihr seht's ja, irgendwie machen die deutlich weniger Schaden. So kommt es mir zumindest so vor. Was ist denn das für eine Munition? Sag bloß, ich hab schon wieder Magnum-Munition. Okay, dann benutze ich jetzt ein bisschen Magnum. Ah, wo schießt denn du? Was beschießt ihr? Ah, da hinten. Ja, das könnt ihr selbst machen. Komm. Ah, ich mach mal lieber den da. Komm, ich sterb schon. Du auch. So, du da. Ja, da ist noch ein. Leute, ihr schießt schon die ganze Zeit auf den einen. Ihr könntet ihn doch langsam echt mal killen, oder? Was war denn das für ein ekeliger Bluteffekt? Egal, wir gehen weiter. Auch wenn es hier grad verdammt duster ist. Das liegt aber an meiner Lampe. Ja, da geht's nicht durch. Na super. Ja, schießt euch einfach durch. Ich mein, ihr habt unendlich Munition, ich nicht. So, mit zu den Fronten. Ja, Gott. Geklärt, aber ein bisschen helfen muss ich euch bei denen doch. Ah. Ah, wie viel. Ich muss helfen, weil ich glaube, die können... Die müssen mir nämlich bei der Tür helfen. Jawohl. Und jetzt mach Tür auf, bitte. So, los. Ah, danke. Wie einfach das bei denen immer aussieht. Hm. Fies. Ich will auch so Türöffnungsskills haben. Ach, Rettungswagen. Mal wieder kein... Klingst in die Freiheit. Yay, der Evac-Point. Oh, verdammt. Ich wollte das sehen. Der wurde anscheinend da durchgezerrt oder so. Oh, seine Waffe. Entschuldigung. Ja, okay. Jetzt sind wir nur noch zu zweit und... Es düngt mich, dass wir letztendlich... Äh, dass ich dann wieder alleine bin. Ja, komm schon. Ja, im Dunkeln lässt sich nicht so gut schießen. So. Ah, die Muku ist vom Blut, oder? Fällt mir. Oh mein Gott. Nee, oder? Können wir nicht einfach fliehen? Das ist viel zu viel. Yay. Das hast du gut gemacht. Ja, ich schieße doch. Ah, ich schieße mit meiner guten Munisebahn. So. Da liegt noch was. Weiter geht's. Komm. Wow. Hi. Yay. Stirb schon. Und... Aua. Ah. Ah, da ist noch einer. Hilf mir. Was machst du dahin? Du machst nix. Oh. Lecker. So, und jetzt bleib mal in der Nähe und helf mir, gefertigst. Ja. Hi. Oh. Oh mein Gott. Wie ein Zombie verseucht aber auch. Ach, herrje. Okay. Raus hier. Raus hier. Ah. Okay. Ähm, ich sehe nix hier. Habe ich noch andere Munition? Nein. Ich habe nur noch die Magnum und ich sollte sie benutzen. So. Das ist ja der Schl... Aua. Menno. Eeeh. Mensch. Du scheiß halber. Torso-Dingens. So. Okay. Langsam wird es ein bisschen über und ich habe nur noch 30 Health. Gefällt mir nicht. Schon wieder keine Taschenlampe mehr. Menno. Ich sehe nix. Okay. Ähm. Hast du ein Health-Pack für mich? Kumpel? Kollege? Nein. Das ist nicht gut. Helipad. Yay. Ja. Ja, 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 ja. Super. Geil. Shit's wieder. Jawohl. St paddingt. Okay, das war's schon. Oh nein. Nein, nein, nein. Der hält schon wieder so viel aus. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Shit, 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 shit. Okay, komm. Hallo, das ist Magnum. Stirb! So. Meine Güte, jetzt wollten sie es aber wissen. Und super knapp gemacht, das Ganze. Aber, Leute, ich glaube, wir sind so gut wie am Ziel. Geht da noch was? Wer weiß, ne? So ein Spezial-Ending finden, wenn wir jetzt was ganz Besonderes machen würden. Aber sieht man nicht danach aus. Okay, ein Quick-Save. Mal gucken, ob jetzt alles noch... Frische Luft. Ich werde wahnsinnig. Wir haben es tatsächlich nach draußen geschafft. Yay. Oh mein Gott. Wir haben es. Jetzt bricht auf einmal, dass hier auf ein Hinterrand kommt. Naja, falsches Spiel. Ja, der kommt da. Ähm, ähm, ähm. Warum? Nein! Oh Gott, ich glaube, wir hauen wieder. Wuhu. Hallo? Okay, Freunde. Die vermeintliche Rettung wurde fast unser Tod. Vielleicht wurde es sogar unser Tod. Haben wir es überlebt? Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste der Part jetzt enden. Das war aber ein böser Cliffhanger, oder? Der wäre selbst für mich zu böse. Ja, ich glaube, der fährt nirgends mehr wohin. Wir haben wieder alle unsere Waffen bekommen. Und siehe da, es gibt ein siebtes Kapitel, Freunde. Ha, welche Überraschung. Und wie es in Kapitel 7 weitergeht, erfahren wir dann wohl doch erst nächste Woche, wenn es wieder heißt. Let's play Nightmare House 2.